Hallo und herzlich willkommen hier auf dem WL-Law-Shirt-Zock-Kanal zur weiteren Folge NBA 2K22. Und zwar sind wir hier jetzt leider schon in der Off-Season, was absolut nicht perfekt ist. Ich weiß, die Saison ist leider so geendet, es ist alles andere als geil gelaufen. Wir sind schon hier jetzt und da sollten wir eigentlich nicht sein. Unter anderem, das muss man so hart sagen, weil einen Mann überhaupt nicht geliefert hat, das ist dieser Mann hier, Anthony Davis. Ich werde euch auch schon, also wenn ihr das Video seht, läuft die Abstimmung schon auf Instagram. Und zwar werde ich euch fragen, soll er getradet werden oder nicht. Ja, da werde ich einfach mal fragen, gucken, was ihr da antwortet. Also abstimmen einfach, wie sowas immer gerne auf Insta folgen. Und checkt auch mal den Velocious Studio Kanal ab, ich glaube, den bewerbe ich auch fast nie. Da labere ich über Sport und Co., aber ich will hier jetzt auch weitermachen. Und zwar, ey, die will ich echt überlegen, was mache ich mit ihm. Wenn man sich die Season anguckt, die erste Season waren 18,5 Punkte, 9 Rebounds, 1,4 Steals, 1,9 Blocks, die Quoten, ja, Feldwurfquote ist okay, Dreierquote, ja, nicht perfekt. Freiwürfe hat er gemacht, hat 31,6 Minuten gespielt, Plus-Minus-Rating, aber man sieht es ja auch schon in diesem Jahr, ne, Minus 2,9 dann. Weniger Minuten, weil er am Ende nicht mehr so wollte. Er trifft die Dreier weniger, weniger Feldwurfquote, auch wenn nicht so eklatant weniger. Blocks sogar 2,0, aber weniger Rebounds, Gold, deutlich weniger Punkte. Und das Schlimme ist ja, auch hier, wenn man es nämlich mal hochrechnet auf 36 Minuten, das ist nicht AD-würdig. Das ist nicht der Anthony Davis, wofür wir ihn geholt haben. Und vor allen Dingen haben wir hier eben jemand mit Ballball, der sehr interessant ist. Der sehr, sehr interessant ist, den ich mir selbst als Starter sehr, sehr gut vorstellen kann. Weil er macht hochgerechnet 18,1 Punkte, 12,1 Rebounds und 2,6 Blocks. Also das sieht nicht so viel schlechter aus als bei Anthony Davis. Und deswegen machen wir mal eine Sache, die ich auch nicht so oft nutze. Aber man kann hier mal einen Spielervergleich machen. Und zwar, wir müssen nicht drüber reden, dass AD natürlich die krasseren Stats auflegen wird. Aber, oder was heißt Stats, natürlich die größeren Stärken hat. Aber Ballball ist natürlich nochmal ein ganzes Stück jünger, wenn man sich das mal so anguckt. Also, die großen Stärken von AD, Defense IQ, Stärke, Low Post Offense, Post Defense, Blocks und Dunks. Ballball dagegen, auch Blocks liefert er uns. Low Post Offense, Mitteldistanz Scoring, 3-Punkte Scoring und Post Defense. Ja, AD ist nochmal eine ganz andere Kategorie, was die Stärke angeht. Ballball ist ein bisschen anfälliger, aber er ist dafür auch in der Offense nochmal ein ganz anderer Mann, muss man sagen. Also, einfach ein Stretch Big, der sehr interessant ist. Und ich weiß nicht, ob es so schlimm wäre, wenn AD geht, um ehrlich zu sein. Man sieht auch hier die Größe. Ballball ist nochmal ein ganzes Stück größer. AD ist echt nur 2,08 Meter, okay. Klar, was das Gewicht angeht, hat einen großen Nachteil der Ballball. Aber auch hier ist 26 AD, 33. Und wenn man sich das Matchup anguckt, natürlich AD überragt hier in den meisten Dingen. Aber was zum Beispiel das Scoring angeht, natürlich nicht. Da ist Ballball nochmal ein ganzes Stück besser, muss man sagen. Also hier Perimeter, Defense, Schrägstich, Mitteldistanz Scoring, beide gleich sogar. Aber Offense IQ, Blocks, da ist Ballball der klar bessere. Ja, das Einzige, wo es Ballball richtig fehlt, ist eigentlich so diese Stärke, was den Körper angeht. Ein Q, ein Q, warum? Kann bei Ballball keine Statistiken aufgeführt werden, schade. Aber auch hier jetzt mal, wenn man sieht, Mitteldistanz Scoring und 3er Punkte, Ballball der bessere. Bei Korbleger AD insgesamt, Dunks natürlich AD, weil es wieder eine Kraftsache ist. Low Post Offense, auch AD der bessere, ist auch logisch. Ist im Post einfach der stärkere. Ballhanding ist erstmal zu vernachlässigen, genauso wie Passen. Rebounding ist aber Ballball auch nicht der viel schlechtere. Post Defense, fehlt ihnen auch nicht viel, auch wenn AD da natürlich eine absolute Elite ist. Genauso wie bei der Perimeter Defense. Steals auch der bessere, absolut. Blocks wieder, Ballball vorne, Mobilität, Ballball vorne leicht. Und Stärke ist klar, dass da AD der krassere Mann ist. Darüber braucht man nicht reden. Haben wir hier noch Vertikal und die IQ-Sachen. Da ist AD auch auf jeden Fall der bessere. Plakette ist natürlich auch nochmal so ein Ding. Es gibt da mehrere Plaketten, wo einfach AD klar der bessere Mann ist. Aber, und hier sehen wir mal das Wurfdiagramm, eine entscheidende Sache, der Dreier. Was man ja auch schon rauslesen konnte. Ballball macht 39% Dreier von der Mitte. 40% von Mitte rechts. Von linken macht er tatsächlich 42,9%. Also von der linken Ecke. Da ist er unglaublich effizient. Hier gegnerische Körperfolge, aber wir bleiben mal dabei. Das ist eine sehr interessante Statistik auf jeden Fall. Weswegen ich auch dahingehend sehr, sehr gut mit leben könnte, wenn man sagt, ja man hat halt einfach eine ganz andere Art von Center. Also ich finde, Ballball ist eigentlich ein guter Mann, aber wir gehen jetzt mal vor. Spielerrücktritte. Also Conley. Das werden wir natürlich wieder rufen. Warum? Weil Westbrook hatte noch Vertrag. Love beendet seine Karriere. DeMar DeRozan favors. Wir gehen natürlich auch mal kurz rein in die Erfolge, bevor ich das vergesse. Conley ist nur einmal All-Star geworden. Krass. Das ist echt schwach irgendwie. Was heißt schwach? Aber dafür, dass er so ein guter war. Er natürlich einmal Champion geworden. Mehrfacher All-Star. Okay. DeMar DeRozan. Ja, vierfacher All-Star. Ansonsten auch nicht so viel gerissen. Dann haben wir Holiday und Co. Wir haben hier Jake Crowder. Ach, Paul George hat seine Karriere beendet. Krass. Also hier auch eine große Karriere geht zu Ende. Crowder. Auch nie Champion geworden, Jake Crowder. CJ McCullum. Most Improved Player. Ricky Rubio unter anderem. Aber das sind dann auch nicht mehr die ganz dicken Fische jetzt. Joe Harris zum Beispiel da auch. Carvinkner und Co. Daniel Theis beendet seine Karriere mit 34. Okay. Interessant. Also da gehen schon einige Namen, die man halt kennt, schon mal weg. Bei den Mitarbeitern. Belain. Avriels. Lambert. Mason. Und James Jordan. Na gut. Hall of Fame Neulinge. Ist jemand in der Hall of Fame? Paul George. Okay. Ist Paul George ein Hall of Famer, wenn ich jetzt so drüber nachdenke? 1024 Spiele. 20,1 Punkte. 6,1 Rebounds. 3,7 Assists. Wenn ich jetzt in der Realität nachdenken müsste, würde ich sagen, Paul George ist kein Hall of Famer. Aber nun gut. Draymond Green hat seine Karriere auch beendet. Warum ist Draymond kein Hall of Famer? Also wenn Paul George ein Hall of Famer ist, warum zum Teufel ist Draymond Green kein Hall of Famer? Das kann man mir nicht erklären. Draymond hat die klar krasseren Erfolge gefeiert, hatte die wichtigere Rolle durchaus auch. Verstehe ich nicht unbedingt. Aber gehen wir jetzt zum Liga-Meeting. Abgelauft. Teams dürfen nur trainen, abgelehnt, modifieren die Goateng Green, damit der Ball von jedem Spieler gespielt werden darf, sobald er in den Ring berührt, abgelehnt. Alles abgelehnt. Dann bleibt die NBA, wie sie ist. Und wir gehen jetzt rein zu einer der spannendsten Sachen, nämlich die Draft-Lotterie. Aber bevor ich da nochmal reingehe. Ah, noch kann man nicht trainen, okay. Gehen wir rein. Wir haben zwei dicke Eisen hier, ne? Wir haben einmal den Chicago-Pick und unseren eigenen, den die Wizards jetzt haben über San Antonio, aber der gehört uns, müsste doch sein. Wir gucken mal. Also, Philly bleibt da. Ich muss echt sagen, die Lotterie, die habe ich früher immer einfach übersprungen. Das war ein großer Fehler, weil das ist eigentlich echt interessant. Mavericks auch auf 13, okay. Bleiben auch da, wo sie sind. Okay, see. Bleiben auch da. Man darf nicht vergessen, im letzten Jahr sind die Atlanta Hawks von 12 war es, glaube ich, oder von 13 auf 1 gefallen und haben dadurch Jackson Jones gekriegt. Prinze, Jackson Jones, einfach mal Monster-Spieler. Okay, die Kings bleiben aber auch auf 11. Also, man kann durchaus durch die Lotterie so weit nach oben schallern oder schießen, dass du wirklich, ja, monströse Picks kriegst, ne? Aber mal gucken, jetzt gleich die Nummer 10. Das sind die New Orleans Pelicans, 4,5%, dass sie steigen, aber sie bleiben auf 10. Okay, sehr schön. Das ist dann ja auch immer schöner, wenn die hinter uns sind, auch schön hinter uns bleiben. Es wäre natürlich schön, wenn wir den First-Round-Picks, sind das ja alles, aber den ersten Pick kriegen. Das wäre schon ganz nice. Oder irgendwas in den Top 3. Aber da muss man halt gucken. Jetzt hier die Rockets. Okay, die Rockets bleiben auch auf 9. Interessant. Ja, die in der Off-Season ist ja jetzt auch Jokic Free Agent. Das heißt, da kann es für die Rockets sehr wichtig sein, dieser Pick. Wobei man natürlich am besten versuchen sollte, Jokic zu halten. Hier die Hawks, die haben im letzten Jahr richtig fett gewonnen. Und die gewinnt schon wieder. Sie gewinnt schon wieder. Die Atlanta Hawks haben so ein Scheißglück in der Draft-Lotterie. Das ist der Wahnsinn. Die Atlanta Hawks werden geliebt. Aber wir behalten immer unseren Pick, weil das war der geschützte Pick. Also wir haben den Lottery-Pick ja eh gehabt, aber das ist krass, dass die Hawks immer gewinnen. Miami jetzt auf 7 und wir sind einfach auf 8. Das ist... Wir sind sogar von 6 gefallen, Alter. Nee, das ist... Oh, nee, ey. Ey, was ist los? Warum haben wir so ein Pech? Die Hawks haben uns wirklich auseinandergenommen schon wieder, ne? Jetzt hier Philly. Ist dann auch Philly. Und die Atlanta Hawks, wenn die schon wieder den Number-One-Pick haben, dann... Dann frage ich mich, was geht bitte bei denen. Sixers übrigens 5. und 14. Pick, aber wir haben echt Pech, ne? Naja, jetzt Trailblazers. Nummer 4. Raptors. Okay, also Trailblazers auch nach vorne. Raptors ärgern sich natürlich, weil sie wären ein bisschen weiter oben gerankt gewesen. Jetzt ist die Frage, wo landen die Hawks? Haben die Hawks schon wieder so ein Monster-Glück? Wer kommt jetzt? Die Trailblazers? Es sind die Trailblazers und die Hawks sind unter den ersten zwei. Ey, das kannst du dir nicht ausdenken. Jackson Jones im letzten Jahr gekriegt. Den krassesten Rookie, den es in den Vorjahren so gab. Und jetzt bist du einfach wieder auf Platz 1. Einfach mal ganz entspannt sich denken. Jo, läuft doch. Wenn sie wieder den Number-One-Pick kriegen, dann fall ich vom Glauben ab, man. Jetzt Denver. Denver oder Hawks? Es sind die Hawks und Denver hat den Number-One-Pick. Und Denver hat aber auch nochmal Antetokounmpo im Team, ne? Alter Schwede, was sind das vier Teams, die sich hier formieren? Ja, und die Nuggets sind jetzt der Number-One-Pick. Das ist auf jeden Fall interessant. Jo, wenn man dann kurz mal reingeht bei den ganzen Prospects, wo man sich die gleich mal angucken kann. Scouting, Talent-Scouting. Dann sehen wir hier auf Nummer 1. Thierry Maiga-Bar, okay, offensiver Einleiter. Hat der einen Wurf? Ja, nicht so, ne? Das wäre jetzt für die... Also, wenn ich jetzt die Nuggets wäre, würde ich den wahrscheinlich nicht nehmen. Weil dann hast du mit Antetokounmpo und I hier zwei, die nicht werfen können. Steve Fletcher. Aber der ist nicht überall auf zwei, oder? Doch, der ist überall auf der zwei, okay. Steve Fletcher, 19 Jahre Zonverteidiger, der kann auch nicht so krass werfen. Das ist jetzt für die Dings gar nicht so krass, ne? Dann gibt es noch Percy Flowers, der aber jetzt je nachdem von manchen woanders gepickt wird. Da wird er zweimal Neumann genannt. John Neumann aus Deutschland, der kann schon richtig was, ne? Wenn wir jetzt mal zu unserem Pick gehen, da hätten wir ja mal Louis Copeland, aber auch eine 77, okay. Shooting Guard, drei Punkte top aus Jacksonville. Wenn man hier gucken würde, wieder Copeland, okay. Interessant und, äh, wer ist hier Lord Achter? Wer hier Lloyd James? Okay, da muss man echt gucken, ne? Wie man sich dann wirklich holen wird. Man kann ja, glaube ich, jetzt auch schon traden, ne? Mhm. Und jetzt können wir einfach mal gucken, was wäre für AD möglich. Ich gucke einfach nur die Angebote rein. Simmons und Harris, okay. Interessant. Ist ein Deal. Der nicht schlecht ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ben Simmons würde ich nämlich als Small Forward sehen. Ähm, Harris wäre auch kein schlechter. Kann man drüber nachdenken, aber müsste ein Pick-up gehen. Jakob und Fultz scheiß Fliege, macht gar keinen Sinn. White und Howard, äh, Hayward. Naja, bin ich kein Vorhang von. Scotty Barnes ist ein sehr schöner Spieler. Ein sehr, sehr schöner Spieler. Mh, Kawhi. Wobei, kann Barnes werfen. Das muss ich auch nochmal kurz gucken, ne? Kann Barnes werfen. Was hat er für ein Contrable? Okay, lange genug noch. Scotty Barnes. Er kann werfen. Spielaufbau super. Hat eine Perimeter-Defense von A. Wow, das ist ja ein Monster. Also Scotty Barnes wäre gar nicht mal so übel. Okay, Draft Pick Nummer 7. Lonzo Ball und Okongwu. Naja, gut, Murray werde ich nicht zurückholen. Quigley und Barrett. Naja, aber dann muss ich Ballball abgeben. Das mache ich nicht. Uh, da. Donovan Mitchell kriegen. Und dafür AD back zu den Lakers und wir würden noch Marvin Beckley kriegen. Das ist ein Trade, wo ich mich echt frage, warum sollten die Lakers das machen, aber guck, sie haben mit AD den Titel geholt, ne? So back to the future oder irgendwie so. AD hat ja auch viele Jahre bei L.A. verbracht, ne? Also 1, 2, 3, 4, 5 Jahre bei L.A. Durchaus erfolgreich, wenn man kurz mal hinguckt. NBA-Champ geworden dort, ne? Ja, das ist kein schlechter Deal. Mitchell. James Harden werde ich nicht nehmen. Boah. Die Denver Nuggets bieten den First-Round-Pick. Boah. Also den ersten Pick. Wir würden vor allen Dingen Davis sein Gehalt komplett wegkriegen. Wir hätten Capspace ohne Ende. Kyrie auch sehr interessant. Boah, Jalen Brown. Jalen Brown. Aber ich müsste Hurt damit dazu geben, das gefällt mir nicht. Ich werde euch ja fragen in der Abstimmung. Anthony Davis traden, ja oder nein? Und ich will diesen... Boah. Das ist was ganz Wildes. Wir haben schon mal für den ersten Pick getradet und dann haben wir Ferguson bekommen. Das muss ich mir durch den Kopf gehen lassen. Ich werde euch auf Instagram auf jeden Fall fragen. Davis traden oder nicht? Und dann für den First-Round-Pick. Das wäre der perfekte Deal. Das wäre der perfekte Deal. Fast 50 Millionen Capspace freimachen. Also überlegt euch das mal. Wir haben ja ein paar Cap-Holts und so. Die kann man dann ja auch streichen. Aber stellt euch für, wir kriegen den First-Round-Pick. Und man holt sich dann beispielsweise... Ja, Meeks ist zum Beispiel auch ein sehr interessanter Mann. JT Meeks. Er kann jetzt nicht so die krassen Dreier. Okay. Aber sagen wir mal, man holt sich wirklich Thierry Maigabar. Er ist 2,10 Meter groß. Das ist schon mal ordentlich. Hat eine ordentliche Spannweite. Perimeter lief uns super. Athletik hat er eine A+. Also nicht einfach eine gute Athletik, der hat eine A+. Er ist aber auch wieder eher so eine Art Perkinson mit nicht dem besten Wurf. Aber das wäre schon viel wert. Trotzdem. Aber der ist 2,10 Meter. Wie groß war Perkins? Ich muss mal kurz gucken. Wollen wir den nochmal hin getradet? Perkins. Muss ich kurz mal gucken. Wo ist Perkins? War das Washington? Ne, hier ist McCoy, ne? Muss ich kurz mal gucken. Trade. Zu den Sixers, genau. Zu den Sixers. Und er hat sich halt auch nicht so entwickelt, wie es sollte, ne? Perkins hier. Er war 2,06 Meter, auch nochmal 3 Zentimeter kleiner. Und seine Athletik war A-, das ist bei Tiger Bar, irgendwie so, nochmal was anderes mit A-Athletik. Und nochmal 4 Zentimeter größer, ne? Das ist schon mal nochmal was anderes. Also das wäre schon ein Move, ne? Das wäre schon ein Big Move. Ich werde euch fragen auf Instagram. AD train, ja, nein. Gucken, was ihr sagt. Ich werde mich für das Erste verabschieden, Leute. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wir werden auf jeden Fall, ich werde in dieser Off-Season auf jeden Fall Moves machen müssen, die uns nach vorne bringen. Ich will sehr, sehr gezielte Moves machen, denn wir müssen langsam gewinnen. Wir sind jetzt, das ist die fünfte Saison gewesen. Wir sind ja jetzt schon im Jahr 2,26, 21 hat es begonnen. Fünfte Saison sind wir schon im Aufbauen. Ich sage euch ehrlich, der Aufbau ist gut, also ist nicht schlecht. Wir haben auch mit Ferguson, Van Horn, Primo und auch Geiger in diesem Aufbau 4 eigene Talente, die man wirklich auch hochgezogen hat, die ein fester Kern sind. Wir haben interessante Roleplayers mit Hertha, mit unter anderem Ballboy jetzt herauskristallisieren können. Und eben auch einen gescheiterten Versuch mit einem Superstar wie Davis und haben aber auch einen eigenen Superstar mit Ferguson kreiert. Deswegen der Aufbau ist sehr, sehr gut gelaufen. Vielleicht nicht optimal, weil so ein paar Talente wie eben Perkins nicht das ganz rausholen konnten, was sie sollten. Auch ein Ted McCoy war eine Enttäuschung am Ende des Tages. Aber jetzt geht es darum, die richtigen Moves zu machen, um jetzt gewinnen zu können. Und gleichzeitig aber haben diese Talente wie Van Horn und Co. trotzdem den Platz hier. Deswegen der Aufbau ist auf gar keinen Fall gescheitert. Ey, die werde ich abgeben, wenn ihr auch dafür stimmt. Vielleicht werde ich euch auch überstimmen, mal gucken. Weil eigentlich bei dem Contract, ey, das wäre der Wahnsinn, ihn nicht abzugeben. Wir können dann auch echt gucken, was ist in einer Free Agency möglich. Denn da wird es auch einige interessante Leute einfach geben. Wir haben ja momentan hier 8-Pick und können den 1st-Pick holen. Also auch hier hätten wir einige Talente. Und man könnte auch nochmal mit den Picks was machen. Aber das ist alles in der nächsten Folge. Ich melde mich fürs Erste ab. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und bye, bye.